Ein ganz großer Schauspieler ist von uns gegangen. Jean Connery stirbt im Alter von 90 Jahren. Der Hollywood-Star ist durch seine Rolle als Geheimagent James Bond berühmt geworden. Seitdem ist er aus dem Filmgeschäft nicht mehr wegzudenken. Oscar-Preisträger Sexiest Man Alive und die Ernennung zum Sir. Connery wurde zu Lebzeiten wirklich jede erdenkliche Auszeichnung zuteil. 2004 beendet er dann seine Filmkarriere und zieht sich offiziell aus dem Geschäft zurück. Zuletzt haben ihn Fotografen vor den Studios der Nachrichtensendung Good Morning America im Dezember 2019 in New York abgelichtet. Da wirkt er noch fit und munter, bahnt sich seinen Weg selbstbewusst in das Gebäude. Sein letzter offizieller Auftritt liegt schon länger zurück. Mal hat man ihn bei den US Open im August 2017 beobachten können. Auf dem roten Teppich wurde er seit einer schottischen Filmpremiere im Juni 2010 nicht mehr gesehen. Zurück lässt er seine Frau Micheline sowie seinen Sohn Jason aus erster Ehe. Nun heißt es Abschied nehmen von einer der größten Filmlegenden unserer Zeit. Damonget flag 좋다 8 Untertitelung des Königs Untertitelung des fineineers Untertitelung des Königs Untertitelung des Insel ca conflatjes Aus